Der Buchverlag Winterwork präsentiert sich auch in diesem Jahr auf der bundesweit begehrten Leipziger Buchmesse. Als einer von mehr als 2000 Verlagen nutzt das Unternehmen die Veranstaltung, um wertvolle Kontakte zu pflegen. Für uns ist ganz wichtig, dass wir die Autoren, die bei uns im Verlag sind, dass wir die treffen auf der Messe, weil wir sonst das ganze Jahr wenig Gelegenheit haben, mit denen in Kontakt zu kommen. Natürlich wollen wir auch wieder neue Autoren für den Verlag finden, die dann im Jahr bei uns veröffentlichen. Im Vordergrund stehen natürlich neue Trends und Ideen. Die besondere Atmosphäre der Leipziger Buchmesse entsteht allerdings durch den direkten Kontakt zu den Autoren. So ist es auch schön, wenn wir das Manuskript hier mal angucken, weil viele bringen auch einfach mal einen Auszug mit, dass wir sagen können, hier kann man vielleicht mal noch ein Bild einfügen. Einfach die Beratung von Anfang an bis zum Schluss, bis zum fertigen Buch, dass wir dann mitwirken können zusammen mit dem Autoren und so den Weg einfach ebnen auf dem Buchmarkt. Auch der Berliner Jugendbuchautor Thomas Hohn nutzt die Chance für ein Treffen mit Winterwirk. Die Zusammenarbeit war sehr kooperativ und das ist etwas, was wir sehr geschätzt haben. Also auch eine hohe Flexibilität, etwas, wo man kurz mal was reinwerfen kann und auch sofort eine Rückmeldung bekommt, hat viel Freude gemacht. Weitere Informationen über den Leipziger Verlag finden Sie auch unter www.edition-winterwirk.de Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.